Hallo und herzlich willkommen bei Klinger Bartsch. Heute möchte ich Ihnen gerne zeigen, wie wir Reingrafitringe in größeren Stückzahlen produzieren. Wir produzieren bis zu 5 Millionen Stück pro Jahr. Alles fängt an mit unserem Grafitlager, in dem wir Grafite in unterschiedlichen Stärken und Reinheiten lagern. Die Rollen werden in die Fertigung gebracht und in verschiedene Abstiche unterteilt. Sehr wichtig dabei ist, dass alle Abstiche die gleiche Breite haben, um ein möglichst gleichförmiges Produkt damit zu erzeugen. Die einzelnen Abstiche werden der Maschine zugeführt und in der Maschine verarbeitet. Anschließend werden sie hier unten ausgestoßen und auf einer Waage gemessen. Ringe, die in der Gewichtstoleranz sind, kommen in einen Transportbehälter. Ringe, die der Gewichtstoleranz nicht entsprechen, kommen in einen Ausschussbehälter. Abschließend werden die Ringe vermessen. Hierbei werden Außendurchmesser, Innendurchmesser, Höhe und Gewichte aufgenommen und in einem Protokoll eingetragen. Das Protokoll stellen wir selbstverständlich auch unseren Kunden zur Verfügung.